Schwefel-Update. Heute ein ganz kurzes Update zu meinem Schwefel-Experiment. Ich hatte ja ein Video dazu geladen und bekomme bis heute noch regelmäßig Nachrichten, Anfragen, wie es denn bis jetzt verlaufen ist. Ich habe das Schwefel-Experiment abgebrochen für all diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das ist, ich glaube, anorganisch oder organischer Schwefel, werde ich euch aber einblenden, der nach Dr. Probst dazu in der Lage ist, unseren Darm komplett zu reinigen, ohne irgendwelche Bakterien zu zerstören. Also eine effektive Darmreinigung, die unseren Darm einfach gesund hält und die guten Bakterien am Leben lässt, aber die schlechten halt sterben lässt. Wenn du dieses Schwefel jeden Tag nimmst, ich habe vergessen, wie oft ich das genommen habe, aber das Video dazu werde ich dir unten verlinken. Bei mir war es so, dass ich Bauchkrämpfe tagsüber hatte. Es war schon extrem manchmal. Der Geruch ist extrem. Es ist halt Schwefel und es kommt aus dir heraus. Aus allen Körperöffnungen stinkst du nach Schwefel. Es war mir unangenehm aufgrund der starken Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, aber wenn du dich rohköstlich ernährst, komplett nur Rohkost, dann fallen diese Bauchkrämpfe weg. Ich habe viel gekochtes gegessen, auch gerade abends esse ich immer gekochtes. Dann habe ich es einfach gemerkt. Ja, also mein Bauch, das war manchmal ekelhaft. Das ging ein paar Tage gut und dann wieder die Bauchkrämpfe. Also immer, wenn ich mich nur von Rohkost ernährt habe, war alles gut. Ich habe jetzt abgebrochen. Wenn du es weitermachen möchtest, höre auf dein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat gesagt, stopp, das braucht kein Mensch, lass es. Wir können uns auch anders gesund ernähren und gesund bleiben. Ich muss nicht darunter leiden. Und jetzt diese Bauchkrämpfe braucht kein Mensch. Dann noch der Gestank. Du kannst einfach nicht unter Leute, gerade wenn du arbeiten gehst. Und deshalb habe ich abgebrochen. Es gab keinen anderen Grund. Es waren die Bauchkrämpfe und dann auch mein Gedanke oder mein Gefühl, das gesagt hat, das kann nicht sein, dass ich so leiden muss, um meinen Darm zu reinigen. Lass ihn so, wie er jetzt ist. Ich ernähre mich ja gesund und dann brauche ich das nicht. Wenn du noch irgendwelche weiteren Fragen zum Thema Schwefel hast, weil dieses Video werde ich dann rumschicken, sobald dann die Frage kommt, wie sieht es aus mit deinem Schwefel, wie sieht es aus, was machst du da, kriegst du dieses Video, dann wisst ihr Bescheid. Ich habe abgebrochen. Ich mache auch erstmal nicht weiter. Schwefel habe ich noch zu Hause. Ich stehe noch da. Und ja, mach einfach deine eigenen Erfahrungen. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe. Verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.